Zehn Jahre sind wir jetzt hier, von Sibir, von Sibir-Stadt Omsk. Michelle hat mit ihm gearbeitet und Traktor. Ich habe doch noch fünf Jahre gearbeitet. Er hat noch fünf Jahre fest gearbeitet, wie er noch konnte. Im Kulturzentrum, wie Hausmeister und so, Hilfe. Bist du gleich im Kulturzentrum? Im Forum. Wir haben im deutschen Dorf gewohnt, es sind keine Russen gewesen. Nur russische Schule, wir mussten Russisch lernen in der Schule. Aber deutsch, zuhause haben wir alles deutsch gesprochen. Meine Oma war 96 Jahre geworden und sie konnte nicht russisch. Nur auf deutsch? Nur auf deutsch. Nur wir haben so, wie soll man sagen, mit Dialekt gesprochen. Nicht so wie hier in Berlin. Aber unsere Eltern sind dort geboren in dem Dorf, sie nach dort gestorben. Sie liegen dort am Friedhof. Die Kinder waren schon vor uns hier. Erst waren die Kinder hier und dann sind wir hier. Wir wollten nicht her, weil die ältesten Leute, wie sagt man, die Leute, wenn sie schon ältest sind, ziehen sie nicht so gern hinher. Aber der Sohn war hierher gemacht, die Tochter auch und was war uns noch geblieben. Die Kinder mussten wir nach. Jetzt ist er krank, jetzt sind wir froh, dass die Kinder doch bei uns seien. Nur auf deutsch. Unsere Enkelkinder kennen nicht mehr Russisch. Überhaupt nicht. Nicht mehr Russisch. Sie waren hierher gekommen, waren Pinov-Jahr und acht Jahre und sie haben es schon zu Russisch verlernt. Sie kennen nicht mehr Russisch. Aber die Eltern sind nicht dagegen. Ich kann es auch glauben den Leuten hier. Sie sagen immer, sie sind alle hergekommen und sie essen unser Brot und wir kriegen wenig Geld. Das glaube ich auch, das ist auch so. Das glaube ich auch ihnen. Aber wir sind aber auch nicht schuld. Sie haben die Grenze aufgemacht. Wir konnten nicht herfahren ohne Einladung. Wir haben die Einladung bekommen erst. Dann waren wir gekommen. Ohne Einladung hat man nicht herkennen gekommen. Ja, wir sprechen Deutsch. Ich kann mit jedem Menschen sprechen, aber sie schauen immer nach uns zu. Wenn wir ihr Brot nehmen, der lasst uns immer so. Ich denke doch nicht so. Wir sind noch in die Heimat gekommen. Unsere Eltern, die haben doch immer gesagt, wir haben unsere Heimat. Ja, die sagen manchmal noch Angst. Auch russische Schweine. Dort sind wir die Faschisten gewesen. Hier sind wir die russischen Schweine. Und so müssen wir leiden, solange wir hier leben. Solange wir leben. Aber nicht alle. Die Leute sind nicht alle, dass sie all so sagen um uns. Nicht, nicht. Sie sind auch gute Leute. Auch von uns sind gute und auch schlechte. Und auch hier sind sie so. Das ist überall so, denke ich schon. Viele Leute sind auch gute bei uns. Wir verletzend. Ich freue mich. Ich freue mich.